Okay! Wir haben den Sieger im RaceBets Podcast. Hallo liebe Glaubtsportfreunde und solche, die es erst noch werden wollen. Mein Name ist Frauke Delius. In dieser Folge wollen wir alles sein. Wir wollen aktuell sein, wir wollen tiefgründig sein, aber wir wollen euch auch den ein oder anderen Wetttipp mit auf den Weg geben. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. So, meine Meinung zu anderer Stärke. Ich glaube, das ist der beste Jockey, den wir jemals in Deutschland gehabt haben. Der fühlt sich ein oder zwei Jockeys um den Schlips getreten. Aber meine Meinung, der war die Beste und ist immer noch die Beste. Bitteschön. Ja, danke schön, Kevin Woodburn. Und weil das so ist, ist anderer Stärke heute unser Top-Thema. Der Mann, der über 2500 Rennen gewonnen hat, mehr als jeder andere. Wir haben ausführlich mit ihm gesprochen und hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja, Dane Dream auf jeden Fall. Das war natürlich nochmal so ein Schub, das ist 2011, gerade in meiner Karriere. Weil der Arc, der hat halt einen Fokus weltweit, der natürlich auch nochmal Türen öffnet. Ein weiteres Thema ist National Hunt. Da kommt es am Samstag zum Clash zwischen Altio und Zürnheim in Eskert. Und wir sind natürlich aktuell dabei. Mit Say Goodbye gewann Andra Starke das letzte Black-Type-Rennen der Saison für seinen neuen Trainer, für Henk Rewe und für Eckert Sauren als Besitzer. Der ist, und das ist ja durch die Presse gegangen, jetzt auch Mitbesitzer bei Wonderful Moon, diesem souveränen Zwölf-Längensieger im Rathibor-Rennen. Nach diesem Rennen ist er ja auch der Derby-Favorit am Racebets-Wettmarkt. Also vier Herren jetzt im Stall Wasser, Freunde. Und die Aussage, dieses Pferd wird bis zum Derby auf keinen Fall verkauft. Aber zurück zum großen Herbstpreis. Wir haben mit Henk Rewe gesprochen und so hat er das Rennen gesehen. Ja, wir hatten schon vor, dass wir vorne gehen oder wir haben eine gute Position. Nicht so zwischen den Pferden zu kommen. Say Goodbye mag es nicht so, wenn er zwischen den Pferden ist. Und wir hatten direkt eine super Position und Andras kann vorne gehen. Wurde leider ein bisschen sehr gedrückt den ganzen Weg. Konnte nicht einmal richtig atmen. Ich denke, wenn er ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird vorne, dann gewinnt er viel leichter. So war es ein bisschen aufwendig, ein bisschen anstrengend fürs Pferd, aber Andras hat das Beste ausgemacht. War ein toller Saisonabschluss. Wir haben ja noch ein paar Starter, aber nicht mehr allzu viele. Und wir hoffen, dass wir die nächste Saison genauso weitermachen können, wie wir die aufgehört haben. Enttäuschend verlief dagegen der Start von Swan Paincher in der Bahrain International Trophy. Dort ist das Pferd aus dem Stall von Andreas Subric mit Philipp Minerik an Bord. Leider nur Elfter von 13 Pferden geworden. Da hatte man sich sicherlich ein bisschen mehr ausgerechnet. Und aktuelles gibt es auch an der Jockeyfront. Dazu hören wir jetzt Sebastian Hahn. Michael Kadedu verstärkt das Team um Markus Klug ab sofort und wird dort entsprechend am Stall tätig sein. Nach dem Aus von Schlenderhahn zum 1.1. Mussten musste der Micky und ich natürlich auch mir Gedanken machen, wie es dann auch in Zukunft weitergeht. Und ja, ich freue mich sehr für den Micky, dass er dort einen entsprechend großen Stall gefunden hat, wo er arbeiten kann. Und bin da sehr optimistisch für die Saison 2020. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass der Micky einen Tag nach wie vor auch am Stall von Mario Hofer arbeiten wird. Das wird wie in der Vergangenheit der Montag sein. Jetzt begrüße ich aber in Hamburg Katrin Nack. Hallo Katrin. Hallo Frauke. Du bist unsere National Hand-Expertin. Ganz einfach, weil du ganz frisch aus Irland kommst und die Eindrücke mitgebracht hast. Ja genau, da muss ich ja Experte schimpfen. Also Experte ist ja immer ein weites Wort, aber wir folgen dem Sport ja lange Jahre. Ich gebe mein Bestes. Du hast Jamie beim Prix de Laque kennengelernt, stimmt das? Ja, 1999. Also eine Galopp-Sport-Liebe. Und 2011 bei diesem ganz besonderen Arc, den wir gerade gehört haben, da warst du auch live dabei. Da waren wir live dabei, ja. Wir haben seitdem zusammen nur, also Jimmy ist ja seit 1982 bei jedem Arc gewesen und ich irgendwie seit weiß ich nicht mehr wie viele Jahren. Aber wir haben seitdem nur einen gemeinsam verpasst und Dayndream war das nicht. Ja, das ist ja für den deutschen Galopp-Rennsport wirklich so eine Sternstunde gewesen. Wie hast du die Karriere von Andra Starke begleitet in all diesen Jahren? Also der ist halt einfach Deutschlands bester Jockey auf jeden Fall. Und soweit man den deutschen Sport verfolgt, war er ja einfach immer einer der besten Top-Jockeys. Das gibt keine zwei Meinungen. Der Arc sich war wahnsinnig. Privat sind wir mal aneinander gerasselt, daran wird er sich sicher noch erinnern, aber also privat über den Ritt auf einem unserer Pferde. Aber ansonsten sportlich ziehe ich meinen Hut und finde, bin begeistert von seiner, auch wie er sich entwickelt hat, menschlich weiterentwickelt hat und dem Sattel. Die ganze Jahre war es immer eine Friedensfolge. Ja, und ich hatte die ganz besondere Ehre, bei ihm zu Hause lange mit ihm sprechen zu können. Also das hören wir gleich. Aber wir wollen erst mal aktuell aufs Wochenende in England schauen. Also Irland war England ja schon ein bisschen voraus. Da gab es schon Gruppe 1-Rennen. In England geht die Saison diesbezüglich jetzt erst los. Was steht da an, Katrin? Der Hindernissport in England ist ja inzwischen fließend. Es gibt ja auch im Sommer Summerjumping und der Hindernissport hat ja also langsam im Oktober ein bisschen ernster angefangen. Für viele eingefleischte Hindernisfans letzten Wochenende, als Sheldon Ham zum zweiten Mal seine Tore geöffnet hat. Aber die beste Gruppe 1 der Saison, der aktuellen Hindernissaison, ist eben am Samstag in der Backstatt-Shade. Ja, in Haydock ein Rennen über drei Meilen und leider ein bisschen kleine Karte in diesem Jahr. Also ein bisschen sehr kleines Feld. Es ist zwar eigentlich ein Match-Race, wenn man ehrlich ist, aber es ist halt ein tolles Rennen mit einer super Tradition. Kauto-Star und Silvian Narko-Konti, Paul Nichols hat das Rennen, glaube ich, sieben Mal gewonnen. Also eines der ersten Grundhighlights im Kalender. Wenn du sagst Match-Race, wer sind denn dann die Gemeindenferde? Also eigentlich sind in dem Rennen, muss man sagen, nur Crystal Demay, der im Moment als Favorit notiert. Und Lost in Translation von, also aus dem Stall von Karl Nitzert. Das sind eigentlich sinnvoll, die beiden Pferde, die man in dem Rennen nur wetten oder angucken kann. Also natürlich ist im Hindernis Sport alles möglich und jedes Ergebnis ist immer nur ein Sprichfehler entfernt. Aber normalerweise sollten das die beiden gemeinten Pferde sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sie ja nicht unter diesen beiden Pferden sind. Dann gibt es ja in Eskitz auch noch ein Rennen. Das ist nur auf Gruppe 2-Paket, aber da laufen eigentlich die Pferde, auf die man am meisten guckt, auch in Richtung Goldcup, oder? Also das heißt ja, der Christie's 1965-1965-Chase, genau, ist ein Rennen, das von der Distanz her ja der Goldcup-Distanz liegt. Laufen auch wahrscheinlich nur vier Pferde, im Moment sind noch fünf im Wettmarkt. Aber nach allem, was Trainer Niki Henderson gesagt, ist Top-Notch-Nichtstarter. Und auch da muss man ehrlich sagen, es ist wieder eine Art Match-Race zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2, ITO und Sturne. Sturne, ITO, einer der absoluten Superstars des Sports, der zum ersten Mal in seiner Karriere jetzt über diese weiteren knapp drei Meilen laufen wird. Und Sturne hat eben sein Herausforderer aus dem Stall von Pornickel. Also dieser Solomon Gray ist ja, der läuft ja, also da wollen, glaube ich, die Besitzer mal einen schönen Tag in Ascord haben. Der steht ja auf 500. Also auch wieder Rennen, wo man sich schwer tut zu sagen, da muss man unbedingt wetten. Aber trotzdem, auf jeden Fall ein total faszinierendes Rennen. Und ITO zum ersten Mal eben über weitere Wege. Der möchte ja eigentlich, also da möchte man ja erstmal in King George laufen, also in der King George Chase, die mal am Boxing Day in Kemp stattfindet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass er von seinen zwei Meilen, er ist ja jetzt, das wäre, glaube ich, so eine 20. Rennen, in dem er umgeschlagen wäre, wenn er am Samstag gewinnt. Also das ist, und aber das einzige kleine Fragezeichen ist halt eben, dass er jetzt zum ersten Mal über, also fast 1000 Meter weiterläuft. Das ist natürlich schon mal ein Wort, ne? Auch auf dem RaceBeds Langzeitmarkt ist Altior vorne. Der steht da 1,61. Genau, Altior, ungefähr 18. Ja, und in England. Ja, und Cername ist dann 2,25. Das wird dann wahrscheinlich in England auch nicht anders aussehen, oder? Genau, der steht in England ungefähr 23 momentan. Das ist tatsächlich, ich meine, er ist eben aus dem Champions-Stall von Paul Nichols, die man immer, also die natürlich immer zu beachten sind. Sein Sochi hat sich zuletzt recht positiv geäußert. Ja, also für den kleineren Wetter nicht so interessante Quoten, aber dadurch, dass es nur vier Pferde sind, muss man ja eigentlich eine Siegwette sagen. Also man muss sich tatsächlich festlegen und sagen, hier, das ist mein Favorit, weil es geht ja nur, also mit den Plätzen ist ja, sind ja da nicht so viel, ne? Ja, deswegen haben wir uns auch noch ein Rennen ausgeguckt, in dem man vielleicht etwas bessere Siegquoten oder Platzquoten auch kriegen kann. Und zwar ist es in Gruppe Drei-Hürden-Rennen. Ja, genau. Also die, das hieß früher mal, die wechseln ja leider ständig ihre Namen und dieses Jahr wird es ja auch sponsert, aber eben diese Handicap-Hürde, die in Haydop noch auf der Karte steht. Das ist das Seas-Handicap-Hürde, ist das. Genau, das ist ja ein etwas größeres Feld mit mindestens 17 Pferden. Da gibt es ja auch sogar eine Reserve. Wir haben da mal ein bisschen rumgegraben und uns, also das Ehepaar ist sich nicht ganz einig, aber wir haben vor allem zwei Fälle, möchten wir nennen. Und zwar zum einen Liz Naga-Oskar, die Nummer drei. Der steht momentan bei Race-Bets ungefähr 7 zu 1. Aus dem Stall von Rebecca Curtis, die sich für dieses Rennen dann auch mal einen neuen Jockey ausgesucht hat, der eigentlich in Haydop immer hervorragend reitet. Brian Hughes, also der sowieso hervorragend reitet. Das ist, wie gesagt, die Nummer drei, Liz Naga-Oskar. Und ich fand noch ganz interessant die Nummer sechs, Tony Mountain, aus dem Stall von Henry Daly. Der notiert momentan ungefähr, also 11 zu 1 bei Race-Bets. Der hat ein Rennen dieses Jahr, in dieser Saison schon gewonnen. Und zwar ein Rennen in Aintree, das im letzten Jahr ein Pferd gewonnen hat, der danach zum Superstar der Staying Hurtler wurde, Raisley Park. Nun ist es wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt, dass Tony Mountain auch gleich im Felsen Park wird. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Verbindung, weil der dann halt danach dieses Rennen in Haydop auch direkt gewonnen hat. Ja, oder eben dieser Liz Naga-Oskar erwähnen muss. Vielleicht noch die Nummer vier. Willy Mullins kommt nur mit einem einzigen Pferd nach Haydop, der momentan 9 zu 1 steht, also notiert. Ja, das sind vielleicht drei etwas aus dem erweiterten Favoritenkreis, die man da mal ins Auge fassen könnte. Ja, danke, Katrin Nack. Es ist schön, dass du uns das so rüberbringst. Und da wir ja bis März nur Rennen in Neuss und Dortmund haben, mit Ausnahme des zweiten Weihnachtsfeiertags, da geht es nochmal nach Mühlheim, werden wir dich noch öfter hören. Vielen Dank nach Hamburg. Ich bemühe mich. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ein guter Tipp dabei war. Das Porträt im RaceBets Podcast. Heute in der dritten Folge des RaceBets Podcasts spreche ich nur mit einem einzigen Mann ein Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Hallo, Andra Starke. Mich hat mich auch sehr gefreut. Hallo, Frau Köln. Ja, wir haben vieles über das versprechen können. In unserem Podcast-Team haben wir uns überlegt, mit wem wollen wir jetzt so ganz am Anfang unserer Serie, mit wem wollen wir mal länger sprechen. Da sind wir eigentlich sofort auf dich gekommen. Das hat viele Gründe. Wir müssen dich ein bisschen vorstellen, weil wir ja auch hoffen, dass ein paar Leute mal zuhören, die den Göln-Brennsport nicht schon mit der Muttermilch eingesogen haben. Also, du bist Deutschlands erfolgreichster Jockey, hast über 2500 Rennen gewonnen, mehr als jeder andere. Du hast sieben Derbys gewonnen, da war noch einer besser, da kommen wir nochmal zu. Ja, leider. Und du hast die ganz großen Rennen gewonnen mit einem Pferd. Ich glaube, dass deine Karriere wesentlich mitgeprägt hat, oder? Ja, Dellen-Drehen auf jeden Fall. Das war natürlich nochmal so ein Schub, das ist 2011, gerade in meiner Karriere. Weil, ja, der hat halt einen Fokus weltweit, der natürlich auch nochmal Türen öffnet, gerade jetzt Japan. Ich glaube, durch Dellen-Drehen werde ich nie die Lizenz in Japan bekommen, wo ich die letzten Jahre immer eine Lizenz für drei Monate im Jahr bekommen habe, dort hoch erfolgreich geritten habe und das, was mir auch natürlich nochmal ganz andere Türen geöffnet hat. Aber ich glaube, da ist in deinem Kopf auch ziemlich viel passiert. Nach diesem Sieg warst du so unheimlich zufrieden, weil du das alles so geschafft hast. Du warst so am Ziel, noch nicht am Ende, aber du hast gesagt, es ist ja auch so ein Sportler, wenn man das erreicht. Die Pride lag der Triumph, das ist das wichtigste Rennen eigentlich, das man gewinnen kann. Dann kam ja noch der King George hinterher. Also da ist man ja wirklich oben angekommen. Also ich war eigentlich schon vom Gefühl her vor dem ARC angekommen. Ich war zufrieden, dass ich meine Derby, so viele Derbys gewonnen habe, weltweit reiten durfte. In Australien, in Singapur habe ich große Rennen gewonnen, in Amerika geritten, in Hongkong. Und so ARC, das war so weit weg. Und King George sowieso. Wann ist man mal in England geritten? Die Queen hat persönlich gratuliert. Du hast der Queen die Hand geschüttelt. Habe ich, ja. Wo ist das Foto? Ich glaube, das habe ich da auch noch drin. Ja, natürlich. Aber so weit schaut man nicht. Also man fängt ja nicht an zu träumen und so an Dinge zu glauben, die eigentlich sehr, sehr weit weg sind. So wie Olympiade. Zugetraut habe ich mir das natürlich. Aber man braucht auch den Partner dafür. Und dann kam der hindrehen und der war der richtige Partner. Ja, und wie gesagt, 2012 dann die King George hinterher. Mehr geht nicht. Du machst das jetzt schon seit 30 Jahren. Und ich hätte mal nachgeguckt, du hast 1989 angefangen. Dein erster Sieger. Weißt du noch, wie der heißt? Sie Senior in großen Kneten. Genau, Klasse B-Rennen. Ja, egal. Also ganz klein. Siegpreis 1000 DM noch. Genau. Es war so, das war im Amateurin und da hatte ich 67 Kilo reiten müssen. Damals habe ich 41 Kilo gewogen und dann musste man natürlich unheimlich viel Blei mitnehmen. Und mein Vater hat mir damals eine Bleiweste anfertigen lassen. Ich glaube, die hatte sechs Kilo Blei. Die habe ich dann auch noch auf dem Rücken gehabt. Ich konnte den Sattel nicht mehr tragen. Ich kam kaum vom Pferd runter. Ich konnte kaum zur Waage gehen. Ich war viel zu schwach damals noch. Aber ja, ich glaube, so hat alles angefangen. Ja, bevor wir jetzt zu den Anfängen kommen, kommen wir erstmal noch zu der aktuellen Situation. Wie gesagt, du machst das so lange, seit 30 Jahren, du bist 45 Jahre alt. Da würde ein Fußball-Bundesligaspieler schon in seinen dritten Rentenbescheid gucken. Also bei denen ist ja so um 30, ein Torwart vielleicht noch ein bisschen länger, ist dann irgendwann mal Schluss. Und jetzt machst du sowas doch wie so ein Restart. Also das ist nochmal ein richtiger Neuanfang. Es gab Trennung, dieses Traumduos Schürgenstarke. Ihr habt ja die Erfolge auch wirklich gemeinsam gefeiert. Und dann kam jetzt der Cut. Das kam von dir aus, glaube ich. Ich glaube, man sollte das auch gar nicht so dramatisch sehen. Denn ich hatte eigentlich zwei große Ställe gehabt, fast über meine ganze Zeit der Karriere. Bei Bruno Schütz und Andreas Schütz war ich zusammen 15 Jahre, 13 Jahre bei Peter Schirgen. Dann zwei Jahre bei Hans-Albert Blume auf Röttgen. Und das sind ja sehr, sehr lange Zeiträume. Und irgendwann, ich habe jetzt für mich auch nochmal gemerkt, klar bin ich jetzt nicht der Jüngste, der jetzt noch nach großen Abenteuern sucht. Und deswegen war ich auch sehr lange da. Aber ich habe gemerkt, dass ich nochmal eine Veränderung brauche. Und der Trainer auch. Und ja, das ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie auf der Stelle stehen bleibe. Und ich bräuchte jetzt diese Veränderung. Und das tat auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, es gibt da keine Zeit, wo ich für irgendetwas sage, mir hat nicht Spaß gemacht, das wäre falsch. Sondern einfach, die Veränderung musste jetzt mal sein. Und ich bin froh, dass ich jetzt auch noch einen neuen Job bekommen habe. Bevor wir zum neuen Job kommen, hören wir dazu jetzt mal Peter Schirgen, was der dazu sagt. Gut, er war natürlich ein Top-Jockey. Und wir haben sehr viele große Rennen gewonnen und viele Rennen gewonnen. Und er hat eine sehr lange Zusammenarbeit. Und die auch gut funktioniert hat. Und er war ein Ausnahmejockey. Und das sieht man ja immer wieder. Vor allem in der Verbindung mit einem Pferd. Dehntrieben, aber nicht nur Dehntrieben, ich habe ja auch andere Pferde mit Schia Prelli, Tamsin, Lucky Speed, Nutan. Das waren ja allein schon vier Derby-Sieger. Und ich meine, Dehntrieben war das Ausnahmepferd. Aber auch viele andere gute Pferde hat er für mich geritten. Manchmal muss man vielleicht auch mal einen Cut machen und auch einen Neuanfang. Ja, die Zeit war jetzt so. Und wir haben jetzt mal einen Cut gemacht. Aber ich habe zum anderen gesagt, wir sind friedlich auseinandergegangen. Und irgendwann wird er sicherlich für mich auch wieder reiten. Ja, besser kann man das auch gar nicht sagen. Und ich sage, es ist überwiegend die tollen und die schönen Momente mit diesen ganzen Erfolgen, die wir hatten. Ich bin ja nicht dort weggegangen und hatte schon einen Job. Das ist einfach so. Ich wollte einfach meine Veränderung. Ich wusste nicht, wie die aussieht. Ich wusste, dass ich nach Japan fahren konnte im Oktober. Und dann kam alles irgendwie ganz plötzlich. Gespräche mit dem Rennstahl Grewe kamen. Und das war eigentlich ziemlich kurzfristig. Vier Tage vor dem Abflug nach Japan. Und ja, für mich natürlich jetzt für die Zukunft freue ich mich riesig da drauf. Und ich bin voller Elan und freue mich jetzt auf eine neue Aufgabe. Zu diesen Gesprächen hören wir auch nochmal einen, der ganz wichtig ist an diesem Stall. Das ist ja eine Stallgemeinschaft. Also das ist Henk Grewe, ist angestellter Trainer. Und dann sind einige durchweg fast jüngere Herren, ebenfalls in Galockspotkreisen, die das managen. Und der Sprecher von allem ist Lars Wille im Baumgarten. Prima. Ja, und den hören wir jetzt mal. Nachdem Lukas Delosier und Henk Grewe getrennte Wege gegangen sind, haben wir überlegt in der Stallgemeinschaft, wer könnte der richtige Mann für 2020 sein. Und wenn man den besten Reiter am Markt haben kann, dann nimmt man ihn. Und vom Typ passen Henk und Andrasch aus unserer Sicht sehr, sehr gut zusammen. Und das hat ja schon, bevor seine Reise nach Japan, hat er für mich mit California Queen gewonnen. Selbst gezogen eine Stute aus der Caldera, eines meiner besten Rennpferde bisher. Hat er gewonnen und jetzt hat er gleich wieder gewonnen. Das ist natürlich toll. Der Andrasch ist ja auch, der ist noch lange nicht satt. Deswegen war der Wechsel vielleicht auch mal wie so ein Befreiungsschlag für ihn auch? Also ich habe ja 17 Jahre lang Fußballer beraten und Trainer und Manager in der Fußball-Bundesliga. Und Wechsel machen manchmal wundersame Dinge für beide Seiten. Es werden Energien frei, die irgendwie geblockt waren. Und so war es auch bei Andrasch. Er war bei mir zu Hause. Wir haben das Gespräch dort geführt mit Bruno Faust, mit Holger Faust, mit Henk Rewe. Und auf meiner Terrasse habe ich gemerkt, dieser Sportler, der will gewinnen, der will Champion werden. Und alle am Tisch wussten, als der Andrasch aufsteht, mit dem wollen wir arbeiten. Der will auch Gruppesiegel gewinnen und das am richtigen Stall im Moment, oder? Ja gut, die Arbeit von Henk Rewe ist ja seit drei Jahren immer in einer Richtung zeigend nach oben. Jetzt hat er auch besser gezogene Pferde, mehr Jährlinge, mehr Zweijährige. Und ja, Henk Rewe ist ein Ausnahmetalent. Das habe ich vor drei Jahren schon gesagt. Meine Arbeit mit jungen Menschen in den letzten 20 Jahren war immer irgendwie davon geprägt, Menschen zu finden, die was Besonderes haben. Und das hat dieser Henk Rewe eben. Hört sich nicht so ganz schlecht an. Ja, Neustart. Man muss auch sagen, die letzten Jahre sind ja für so einen erfolgsvermüllten Stall wie Asta Blüte nicht so besonders gelaufen. Alleine keinen Derby-Start dazu haben, wäre undenkbar gewesen vorher. Ja, es geht jetzt gar nicht generell nur um Champion werden, sondern man möchte natürlich auch, wenn man im großen Stall ist, dass man versucht, in den großen Rennen irgendwo dabei zu sein, mitzumischen. Das ist immer mal ein schlechtes Jahr. Das ist ein Jahrgang halt nicht so kräftig oder tatkräftig ist, wie man das gewohnt ist. Das kann immer mal passieren. Aber wenn es halt so über einen längeren Zeitraum ist, dann fällt man so ein bisschen ins Ungleichgewicht. Und das war jetzt so. Aber ich denke auch, dass das im Stall Asta Blüte, das kann sich dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder verändern. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass das immer so weitergehen muss. Im Moment glaube ich, die Stallpolitik am Gräbestall ist sehr gut aufgestellt. Und man hat jetzt gesehen, über die Jahre hinweg, ist ja noch nicht so lange Trainer, wie er die letzten drei Jahre immer stetig kontinuierlich besser wurde und wie er die Pferde rausbringt. Das ist schon sensationell. Und da ist eine Handschrift hinter. Und wirklich, da sieht man, wie die Pferde sich auch verbessern. Und ich freue mich da einfach drauf. Zehn Pferde hat er im Derby genannt. Das ist ja schon eine Hausnummer. Und der hat 29 Zweijährigenren gewonnen. Ja, also, ich sage mal so, wichtig ist, Derby geht über 2400 Meter. Man braucht ein Pferd, was Stamina hat, was stehen kann. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man im Zweijährigen Jahrgang viele Rennen gewinnt. Oder man muss auch gucken, wie die gezogen sind. Es gibt natürlich viele, die auch über Sprintdistanzen oder über die Meile kommen. Aber um das aktuell anzusprechen, Wonderful Moon ist gezogen von See the Moon aus der Wonderful Philly, die so eigentlich so mehr 1600 bis 2000 Meter kann. Aber ich meine, wer sich das Rennen am Sonntag angeschaut hat in Krefeld, die Art und Weise, wie er gewonnen hat, da war ich wirklich auch sehr erstaunt. Und das war schon wirklich sensationell. Fangen wir mal ganz von vorne an. Bist du auch familiär erstmal schon mal vorbelastet? Vorbelastet, erzähl mal. Papa, ich hatte zwei Brüder. Ich hatte zwei Brüder, ich hatte nur einen Bruder leider. Die hatten mit Pferden gar nichts zu tun. Von der Größe her. Und ja, bei mir war es irgendwie so, das sollte so sein. Und dann bin ich mit sieben, acht Jahren an Weiden vorbeigegangen, koppeln, wo Ponys standen. Und dann habe ich da verweilt. Und da ist dann auch schon mal die erste, zweite Schulstunde draufgegangen. Dann habe ich meinen Vater und meiner Mutter so lange in Ohren gelegen, wenn ich dann mal zum Ponyhof gegangen bin. Dann habe ich so einen Pony bekommen mit siebeneinhalb oder acht. Nachdem ich vorher aber ein bisschen gewidmet bin. Und dann, ja, dann ging es eigentlich los nach Hannover. Christian Sprengel war ich erst einmal. Den haben wir auch gehört dazu. Ja, wirklich? Ja, Christian Sprengel. Christian Sprengel, ich habe ihn angerufen. Erzähl du. Christian Sprengel. Das erste Mal war ich bei seinem Vater, Walter Sprengel. Das war 1985. Und 1985, das war, da war ich zehn. Das war das Jahr, wo Akatenango gewonnen hat. Da war ich auch das erste Mal auf dem Derby in Hamburg. Faszinierend. Und dann zu Walter Sprengel nach Warendorf. Da war ich in den Sommerferien zwei Wochen. Und weil natürlich Hannover, Hamburg ist nicht so weit auseinander. Und dann war ich immer am Wochenende zu Christian Sprengel gefahren. Und ja, dann ging das jedes Wochenende so weiter. Na gut, er hat die erste Schritte bei mir gemacht. Sein Vater und mein Vater waren gut befreundet. Und als ich in der Ruhe angefangen habe zu trainieren, hat sich das ergeben, dass er als junger Mann, als elf- oder zwölfjähriger angefangen hat, ihn bei mir zu reiten. In den Ferien grundsätzlich hier war. Und die Ferien durchgeritten hat. Und später, wenn er die Amateurleague-Test gemacht hat, dann sein erstes Rennen auch für mich geritten hat. Konnte man schon damals sehen, dass Andrasch Talent hat? Absolut, er hat Talent, sehr klar, absolut. Und wir haben uns dann auch recht schnell mit seinem Vater kurz geschossen, dass er, wenn er eine Lehre macht, dass er dann nach Köln geht. Und dass er dann bei meinem Bruder macht, so eine Reiterfahrung, wie er kam. Und hat hier gleich, egal ob es mitgekommen ist, dann hat er dann eine Amateurin in Frankfurt gesitten. Mit Erwuchtung, das wäre derzeit übersetzt. Er war mein eigenes Pferd, der ist verheilig. Mein Papa wusste das schon vorher, weil wir waren auch dicke, weil mein Vater hat bei seinem Vater geritten. Auch beim Heineschütz. Dein Vater war selber auch Jockey und da kommt die ganze Verbindung zusammen. Ja, doch. Zu Bruno Schütz, so ist damals die Verbindung gekommen. Ich war dann mit 14, das erste Mal in den Sommerferien bei Bruno Schütz. Nachdem ich so ein bisschen auch reiten konnte. Ich habe mir natürlich so das reiterliche Know-how bei Walter Sprengel und bei Christian Sprengel, wo ich jedes Wochenende war. Ja, und dann bin ich das erste Mal mit 14 in den Sommerferien gewohnt. Heineschütz nach Köln und das war dann nochmal ganz andere Eindrücke, die ich dort hatte. Das war fast fünf Wochen gewesen. Ja, und ein Jahr später habe ich die Lehre da angefangen. Ganz alleine in Köln gewesen? Ja. Alleine gewohnt auch? Alleine gewohnt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen mit 15. Mit dem Persierkoffer. Nein, fand ich ganz so schlimm. Ja, ich fand es erst gar nicht so schlimm, als Papa dann einfach gefahren ist und als ich dann realisiert habe, dass das jetzt hier kein Urlaub mehr ist und wieder Hotel-Mama nach Hause geht, das war schon... Man hatte auch Heimweh die ersten zwei, drei Monate, aber der Freundeskreis war dann gleich da. Wir waren ja damals sechs Lehrlinge und André Best, der war zwei Lehrjahre... Der war schon im dritten Lehrjahr, als ich angefangen habe und der ja bis heute einer meiner besten Freunde ist mit Thorsten Mundry. Ja, allerbeste Freunde, das ist ein gutes Stichwort. Natürlich habe ich auch mit denen gesprochen. Zuerst kommt Thorsten Mundry. Ich habe András Starke oder den András nicht nur als sehr professionellen Spitzensportler kennengelernt, sondern auch als wahren Freund und auch erstaunlicherweise als sehr liebevollen Vater. Einer der ersten, du hast es ja eben erzählt, den du im Rennsport von den Jockey-Kollegen kennengelernt hast, war André Best. Und auch ihn haben wir natürlich gefragt. Ja, ja, wir waren direkt auf einer Wellenlinie. Also wir waren sofort wie Feuer und Flamme im Prinzip. Wir haben uns relativ schnell angefreundet und ja, seitdem war ich Best Friend, seitdem wir bei Schutz waren im Prinzip. Das alles ist ja wirklich jetzt schon 30 Jahre her. Du bist schon genauso lange dabei oder noch ein bisschen länger als András. Was schätzt du an András? Also ich bin natürlich ganz anders verbunden mit ihm. Ich kenne ihn natürlich vom Tag 1 im Prinzip und habe im Prinzip alles miterlebt mit ihm, also alle Höhen, alle Tiefe. Jetzt glaube ich nicht, was er nicht kann oder was er nicht versucht oder so lange macht, bis er besser ist wie alle anderen im Prinzip. Das zeichnet ihn im Prinzip aus. Dass er eigentlich, also fast manchmal mehr wie verbissen ist, schon fast krankhaft, wie er sich an manche Sachen rangeht. Ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Deswegen ist er, glaube ich, auch da, wo er jetzt ist, weil er, glaube ich, mehr, mehr als verbissen nur ist. Also er ist einer der professionellsten, also ich kenne auch jetzt im Sport, wie er seinen Job angeht oder wie er auch sein Gewicht hält und sowas und wie er seinen Sport betreibt und alles. Und das, glaube ich, das zeichnet ihn, glaube ich, jetzt also rein sportlich aus. Und als Freundes im Prinzip nie fast mehr, glaube ich, erlebt, als mit meinem Bruder, würde ich mal behaupten. Und das zweifelste halt seit 30 Jahren zusammen. Ihr wart ja sicherlich nicht nur brav in dieser Zeit. Immer die anständigsten, anständigsten Leute, die es überhaupt im Sport gab. Wir haben nichts unanständiges gemacht. Davon will ich auch nicht erzählen. Wir erzählen nur von anständigen Sachen. Die unanständigen Sachen, die behalten wir alle für uns. Wir haben ja ein super Verhältnis gehabt. Und dann ist man morgens zusammen am Arbeiten. Man trifft sich auch mal abends oder nachmittags. Und dann ist man schnell so, ich sage mal, in einer guten Atmosphäre im tollen Kreislauf drin, dass der Heimwind nicht mehr gewusst wird. Und trotzdem schon ein gewaltiger Schritt. Es ging ja sportlich wirklich schon relativ früh ganz gut los. Jetzt nicht so den ganz großen Turbo-Start. Aber du hattest deinen ersten Listensieg. Weißt du die Siegerin noch? Mit Rita. Ich bin immer erstaunt, dass ihr den Namen mal so aufhabt. Aber ganz ehrlich, der ist mir jetzt so eingefallen. Aber nur, weil ich nochmal, ich glaube, ich habe vor zwei Monaten ein Foto gesehen. Da war der Brunnerstück, das war 91. Sonst hätte ich es nicht gewusst. Aber ich wusste, es war mein erster Listensieger. In Bremen. In Bremen. Genau, perfekt. Ich habe das hier auf dem Spiel. Boah, bin ich gut. Aber frag mich nicht nach ganz vielen anderen Sachen. Nein, nein. Also so wie, so ein fotografisches Gedächtnis, wie Heim Bollo hat. Ja, wirklich alle Rennen und Herbysieger. Und ich weiß es gar nicht. Er sagt, er hat ja so viele Namen in seinem Sortiment. Das ist der Wahnsinn. Und da denke ich einfach mal, wo holt er das raus? Also da bin ich ein kleines Licht gegen. Das war jetzt kein Zufallstreffer, aber ich bin da auch sehr begrenzt. Ja, dann kam der erste Gruppesieg. Weißt du den auch noch? Nee, Nasser. Ja, war gut. Irish Jew. Ja, genau. Irish Jew. Ja. In der Brandenburg-Trophy. Ein Jahr später. Und das war halt auch so schön. Da habe ich mit Größen geritten, mit Steve Corson, John Reed. Da haben wir die heute erwähnt. Das ist ja Wahnsinn. Das sind alles auch Weltklasse-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke-Jocke. 1993 mit Nase gewonnen in Neuss mit Lester Pickett bei Heinz Jentsch. Riesenraven gegen Poli Kera. Das wird irgendwo, aber leider noch nicht aufgekommen, weil es wird aber irgendwann kommen. Lester Pickett? Ja, Lester Pickett. In dem Alter? Ja, das ist der Wahnsinn. Also das ist natürlich auch ein volles Ereignis gewesen. Und man kann sagen, man hat mal mit Lester Pickett geritten und dann sogar in Gruppe rein mit Nase. Ich bin nicht sagen, niedergefinisht, aber ist auf jeden Fall in den Memoiren. Der erste Gruppe 1 Sieg. Ich wollte im Direktoriumskomputer gucken, aber der hat ein bisschen geschwächelt. Also das hat gedauert. Und er hieß auf einmal, ich finde die Daten für 1997 nicht, deswegen weiß ich nicht, wann er als erster Gruppe 1 Sieg war. War das Robertike schon? Nein, vorher schon? Oxalagu. München, denke ich. Genau, das war 1996, 1997 waren schon einige Gruppe 1 Sieger da. Mit Elendanzig und Oxalagu. Dann kam dieses Derby, 1998. Das Derby, was eigentlich Tiger Hill gewinnen sollte, ne? Auch so ein Tag, so ein Wetter wie heute ungefähr. Ja, ein bisschen mehr, es hat die ganze Woche geregnet. Weiche Waren. Ich hatte kurz gedacht, dass man das Derby sogar ohne Maschine, ich glaube, man hat den ganzen Tag ohne Maschine veranstaltet, aber dann am Tag mit der Maschine, weil es wirklich waren extreme Bodenverhältnisse. Und ich hatte an dem Wochenende 10 Rennen gewonnen, Samstag 5 und Sonntag 5. Es war Wahnsinn, also das lief sowieso alles wie am Schnürchen. Und dann dieses Derby, man muss ehrlich sagen, ich war natürlich Außenseiter, das sieht man in der Quote, 280, und ein paar zerquetschte waren das irgendwie. Ja, aber so Rennen müssen halt gewonnen. Man musste die richtige Spur haben. Tiger Hill, er tut sich nicht leicht. Außen kommt jetzt aber Robertico weiter nach vorne. Und diese 5 bilden hier die vordere Gruppe. Laveron an der Innenseite im Vorteil. Laveron führt. Laveron vor First Step. An der Außenseite versucht es Robertico. Laveron innen vorne. Laveron vor Step. Nadua Elbar kommt. Nadua Elbar. Innen Laveron und jetzt kommt Robertico. Robertico an der Außenseite. Nadua Elbar. Robertico kommt. Robertico, Nadua Elbar. Nadua Elbar vor Robertico. Die letzten Meter. Nadua Elbar. Robertico. Robertico, Nadua Elbar. Robertico. Robertico schafft es. Robertico mit anderer starkem Gewinn. Von Nadua Elbar. Dann Laveron. Er war bestimmt nicht das beste Pferd in dem Rennen. Das hat man natürlich gesehen. Tiger Hill war natürlich das dominierende Pferd, die im nächsten Jahr und auch in der weiterführenden Saison. Aber an dem Tag war das Glück auf meiner Seite. Man muss ja auch, wenn man diese Derbys alle gewinnt, irgendwann hat es ja wirklich die Chance, dir dann deine Pferde auszusuchen. Ja. Man muss ja dann auch die richtigen Pferde sich aussuchen. Das heißt, du hast auch den Blick für die Pferde, oder? Ja, ich muss aber auch betonen, dass ich auch zweimal falsch gelegen habe. Ich habe zum Beispiel, als ich 1997 Caetano und Borgia, da habe ich mich auf dem Falschen gesessen. Ich wusste es aber nach der Abschlussarbeit. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich gewinne die Union, die Vorprüfung fürs Derby mit Caetano mit sechs Längen und bin dann Zweiter mit Borgia, die aber auch vorher schon imponiert hat mit Las Vegas, Lindarella, da rein hieß das damals noch, Listenrennen, ich glaube, mit fünf, sechs Längen gewonnen. Und sie hat sich nach der Diana so verbessert und bei der Abschlussarbeit, ich habe Caetano geritten, dann bin ich Borgia auf einmal die letzten 200 Meter einfach so an mir vorbei. Und ich so, shit, du sitzt auf dem Falschen. Aber dann musste man sich schon entscheiden. Und es ging halt nicht anders. Und es war auch schwierig, einem Besitzer oder überhaupt jetzt einem zu erklären, aber ich reite Borgia. Ich glaube, hätte ich die Diana gewonnen damals, dann hätte ich auch noch, aber es waren zwei wirklich Ausnahmepferde. Ich meine, Caetano, wollen wir nicht drüber sprechen, der hatte über Jahre auch international so viel Erfolg gehabt. Es war eine schwierige Entscheidung. Da sei es auf jeden Fall auf dem Falschen. Ich war dann Vierter und Borgia hatte gewonnen mit Olivier Pellier. Und ich saß noch mal auf dem Falschen. Komme ich jetzt nicht drauf. Kommen wir zu den Richtigen. Ja, kommen wir zu den Richtigen. 2000, das war ja so ein Derby, das Millennium-Derby, ein ganz besonderes. Samoum, Samoum, eine Explosion, eine Explosion, Samoum, 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 eine Explosion, Samoum, gewinnt Al-Kamari wird Zweiter. Oder war es Ihnen noch Subiaco, dann Kalisto, dann Auenzler. Ja, Millennium, ja. Ich glaube, ich habe dort 16 Gruppenrennen gewonnen in dem Jahr. Das war der Wahnsinn. Dann damals noch den großen Preis von Baden mit Samoum. Da gab es auch erst mal dieses Emirates World Series Serie. Da gab es noch eine Million D-Mark, finden Sie ja. Das war Wahnsinn. Verstellen wir diese Summen jetzt, ne? Die sind aber leider weg, schnell. Die gibt es leider nicht mehr. Aber wir hatten mal ein Rennen in Deutschland, auch wenn es jetzt in D-Mark noch gerechnet ist, eine Million, das war der Wahnsinn. Samoum, ungeschlagen bis zum Derby, war, glaube ich, mit Dendry das beste Pferd, was ich je geritten habe. Er war dann leider vierjährig nicht mehr das gleiche Pferd, aber auch gesundheitlich bedingt. Aber es war ein Ausnahmepferd. Er war im ARC Fünfter gewesen. Oder, nee, Fünfter. Und ich war dann in Hongkong noch mit ihm, im Hongkong Cup. Und da hatte ich echt so ein schlechtes Rennen. Da hat Fantastic Light gewonnen. Da war ich dann auch Fünfter gewesen, aber nur zweieinhalb Längen geschlagen. Und ich saß die ganze Gerade fest. Wenn ich da freigekommen wäre, hätte ich, glaube ich, auch gewonnen. Das war auch ein absoluter Wahnsinnspferd. Und wenn man sieht, wie der die Rennen gewonnen hat in München, das Gruppe-Dreiren über 2000 Meter, das Derby, das war echt, das war ein Ausnahmepferd schlechthin. Ich habe also mit Dane Dream und Samoom, das waren die besten Fällige Themen meiner Karriere. Jetzt kommen wir mal zu den nicht ganz so tollen Punkten deiner Karriere. Hongkong ist schon so ein bisschen das Stichwort. Können wir kurz ansprechen? Einmal war ein bisschen zu viel, oder Restalkohol, 9,6 Promille in dem einen Jahr. Und das andere Jahr... Nee, das so viel war es gar nicht. Weil da ist ja fast die Nullgrenze. Das war, ja, die fangen auch sehr früh an. Und da war die Grenze 0,2. Und da haben wir einfach zu lange gefeiert. Und dann hatte ich irgendwie noch so ein bisschen drüber. Aber sowas darf halt nicht passieren. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ja, später kam es dann noch dicker, ne? Ja. Da wurde Kokain nachgewiesen. Ja. Würde ich gerne streichen. Kann man aber nicht streichen. Das ist nun mal passiert. Und das ist ja eine dumme Sache, die man sich selber zu Schulden kommen lässt, ja? Und sich selber ja damit fault, ja? Ich war dann sechs Monate gesperrt. Zum Glück ist sowas alles lange her. Aber man wird immer wieder darauf angesprochen, wie ich jetzt von dir darauf angesprochen werde. Es war eine Dummheit. Es passiert. Es tut mir wirklich viel mehr für meine Freunde, für meine Familie leid, dass die das auch mit aussetzen mussten. Shit happened. Das ist passiert. Und ich bin da danach ja nicht zum schlechteren Reiter geworden. Im Gegenteil. Kurz vorm Derby durftest du wieder reiten. Und Hans Hugo Miebach hat gesagt, der reitet mein Pferd. Das ist ja auch nicht selbstverständlich unbedingt, oder? Das erste Feedback kam von meinem damaligen Trainer, Andreas Schütz. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da kann man mal sehen, was das für ein, nicht nur was das für ein Trainer braucht, was der für mich persönlich auch für eine Bedeutung hat, was der für ein Feedback mit ihm hat. Pass auf, du Idiot. Egal, was jetzt ist, du reitest für mich im Derby. Dann sagt er mir nachdem, wenn die Schwere vorbei ist, und er wusste, wie lange geht die? Ja, ich sage, bis zwei Wochen vorm Derby. Dann sagt er, okay, dann kommst du wieder und du reitest für mich im Derby. Wo habe ich den bekommen? Jeder hätte mich rausgeschmissen. Und Herr Miebach als Besitzer ja auch. Ich meine, wo gibt es sowas? Und ganz wenige hätten das getan. Ja, und das hat ja auch geklappt mit Next. Das war dann dein Ritter-Derby-Sieg. Und da, Chris, hast du schon auch so ein bisschen diesen Nimbus gekriegt. Du kommst ja aus der Nähe von Hamburg, aus den Stade. Nee, in Stade bin ich geboren. Das ist ein Irrtum. Ich bin aufgewachsen in der Lüneburger Heide, Nordheide, in Hanstedt. Das ist 30 Kilometer von Hamburg. Ja, du bist eigentlich eingemeindet. Ich bin eingemeindet. Ich sage mal, ich habe dich damals noch interviewt. Damals, das war ja so die letzte Telewette, glaube ich, die da live vom Derby berichtet hat. Seitdem haben wir diese Fernsehpräsenz leider ja nicht mehr. Da warst du schon unheimlich erleichtert. Also das war dann auch wieder ein ganz besonderer Sieg unter diesen Vorzeichen. Ja, ich glaube, da kann kein Sportler groß genug für sein. Egal, was passiert nach einer Sperre oder wenn man auch eine Verletzung hat und man kommt wieder und man hat dann so einen großen Erfolg und es ist ja auch ein unheimlicher Druck, aber ich war so überzeugt. Ich war auch von diesem Pferd so überzeugt. Ich habe ihn ja vorhin im Training geritten. Ich war ja auch die ganze Zeit im Training, in der Zeit, wo ich mit Rennen geritten bin. Ich habe so ein großes Gefühl, dass ich dieses Derby gewinne und der ist nicht enttäuscht. Andreas Schütz hätte man gerne dazu gehört, das hat leider nicht geklappt. Aber danach, Andreas Schütz ist ja dann nach Hongkong gegangen. Das heißt, deshalb musstest du dir einen neuen Job suchen und hast ja auch einen wunderbaren Stall befunden. Du bist bei deinem Stall Astorby geschossen. Ganz genau, ja. Ich war kurz vier Monate noch beim Mario Hofer kurz und dann aber hatte ich ja schon mit Chiaparelli 2006 das Derby gewonnen und dann auch war ich dann Ende der Saison beim Astorbygestall bis dato. das ging ja noch weiter. Also 2-6 Schiaparelli 2008 Kamsen 2-13 Lucky Speed 2-15 Newton 7 Derby-Siege. Du bist jetzt gleich auf mit Otto Schmidt der hat auch 7 Siege, aber einer ist noch besser. Du weißt wer? Der Streit. Der hat 8 Siege. Ja. Ist das noch ein Ziel? Klar, ne? Ich sag mal so, da ich jetzt auch einen neuen Stall habe und mir jetzt keinen Zeitpunkt gesetzt habe, wann ich aufhöre, sondern einfach auf meinem Gefühl und meinem Kopf höre, werde ich bestimmt noch die ein oder andere Möglichkeit haben, der Mann gesund ist, im Derby zu reiten und deswegen ist es bestimmt möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, weil ich mir selber kein Zeitfenster setze und ich mich auch noch freuen würde, wenn es klappen würde. Also da haben wir ja auch schon mal ein ganz konkretes Ziel. Also du bist sowieso, wenn man das so sieht, über 2500 Siege. Es wird lange dauern, dass das mal jemand aufholt, wenn das überhaupt jemand schafft, weil es einfach diese Renntage ja gar nicht mehr gibt. Es gibt viel weniger Rennen. Man wird da kaum noch zu kommen, oder? Ja, ich reite ja auch noch ein bisschen weiter. Es ist ja so, dass man ja die Möglichkeit hat, gar nicht mehr auf diese Zahl zu kommen, weil es, wie du auch gerade angesprochen hast, die Renntage jetzt ja gar nicht mehr gibt. Man müsste dann ja schon bis weitaus Ende 50 reiten, um auf diese Siegzahl zu kommen von 2500. Also ich würde es mir wünschen, weil wenn es schafft, einer diese Siegzahl zu übertreffen, dann würde es dem deutschen Rennsport auch wieder gut gehen, weil es dann viel, viel mehr Renntage geben würde. Nichtsdestotrotz ist das jetzt aber auch Momentum. Ich mache den Sport jetzt nicht, um ewig in der Bestenliste zu sein, aber es sind viele Dinge halt positiv passiert durch die vielen Erfolge und Anzahl der Siege, aber wie du auch gerade jetzt schon erwähnt hast, es gibt auch einen Gerd Streit, der mehr Siege im Derby hat und ich werde es auch nochmal versuchen, aber es sind jetzt auch neun Championate dazugekommen, da gibt es auch den einen oder anderen Jockey, der mehr hat, dennoch, was war das, das möchte ich nochmal betonen, für einen toller Monat in Japan und ich fahre jetzt wieder nach Japan und das ist doch schön, dass man auf der Weltminde noch irgendwo mitreiten kann. Beschreib mal, wie ist die Rennbahnatmosphäre, also man hat ja mal so Bilder gesehen vom Japan Cup, da sind die Tribünen gesteckt voll. Also es ist jetzt gar nicht nur generell das, es ist da toll, weil es da 180.000 Menschen auf der Rennbahn gibt, sondern das ganze Land Japan ist absolut pferdebegeistert. Es gibt zwei Sportarten, einmal Baseball, Baseball ist auch absolut der Wahnsinn dort, da ist ein großer Hype, und Galopprennsport. Ich sag mal, jeder zweite wettet dort, ist pferdebegeistert, Rennsportbegeistert und ja, die Abläufe auch, also diese Rennbahn, die es da gibt, diese Tokio, Kyoto, Hansche, Nakayama, das ist so unvorstellbar groß, ich sag mal so, das sind die besten Anlagen, die es überhaupt gibt, für die Pferde, für die Aktiven, von den Trainingsmöglichkeiten. Wir haben ja, also die Pferde werden ja nicht auf den Rennbahn trainiert, sondern Rito, das ist in der Nähe von Kyoto, wo ich auch gewesen bin, und auch in Tokio, das ist Miho, da stehen jeweils 2000 Pferde, also insgesamt. Wir haben sieben, acht verschiedene Bahnen, mit Bergerauf und runter, Sandbahn, Woodship, Polytrack, das ist der Wahnsinn, da kann es regnen, 24 Stunden lang am Tag, da ist nicht eine Pizza auf der Bahn. Wir haben das alles so angelegt, da ist so eine Drainage drin, dass das Training immer weitergehen kann, dass die Pferde immer unter den besten Bedingungen haben, und dann die Qualität der Pferde. Also es ist ja nicht so, dass man in Land ist, weil da viele Leute auch sind, sondern die haben über viele Jahre, und das fing so an, glaube ich, in den 70er Jahren, weltweit die besten Pferde eingekauft. Machen sie heute noch. Und die Japaner sind fast weltweit die stärksten Pferde, die es überhaupt gibt. Natürlich schwierig jetzt, dass sie in Ackmann nicht gewonnen haben, aber wenn man sieht, die gewinnen Amerika, die gewinnen Dubai, die gewinnen, die haben in Australien jetzt die letzten, in den letzten Monaten die ganzen Top-Rennen gewonnen. Die sind wirklich, die haben so viel Stamina, die haben Härte, und das macht dann toll. Also sie reiten da auch Superstar. Und das ist einfach Wahnsinn. Kommt man da als deutscher Jockey an die Ritte? Muss man sich jetzt hier auch so bewerben oder ist man in so einem Pool? Wie läuft das? Nein, also wenn man die Lizenz bekommt, hat man automatisch, muss man sich um Agenten kümmern. Also meistens ist es so, dass man in Kontakt gebracht wird zu Agenten und die kümmern sich dann um die Ritte bei den jeweiligen Trainern. Ich habe meistens, wenn ich, wenn ich meine Lizenz dort bekomme, ist auch ein Trainer, für den ich meistens auch engagiert bin, wo ich morgens dann reite und der Agent versucht aber in mir als Freelancer auch für andere die Ritte zu organisieren. Und ja, der bekommt dann auch 15 Prozent Stage von meinem Verdienst und deswegen ist er natürlich bemüht, den besten Ritte auch zu bekommen. Hast du auch schon selber ein bisschen Übersicht? Weißt du auch schon ein bisschen Bescheid? Bei diesen vielen Pferden wird das wahrscheinlich schwierig sein, in der Kürze der Zeit. Über die Jahre hat man natürlich immer sich so ein bisschen dort eingearbeitet auch, aber es kommen natürlich jedes Jahr wieder ganz viele neue Pferde dazu. Ich schaue mir natürlich die Trainingslisten an bei den Trainern, für die ich geritten habe und doch der Besitzer und der Agent, ob man dann den Ritt bekommt oder nicht. Ich versuche natürlich immer, mich so ein bisschen mit einzubringen, aber man ist da eigentlich in guten Händen beim Agenten. Jetzt ist ja der Japan Cup, eines der größten Rennen der Welt. Erste Mal ohne europäische Besetzung leider. Das ist der Wahnsinn auch. Es gibt zwei Rennen. Der Arima Kineen ist fast noch wichtiger wie der Japan Cup für die Bevölkerung. Also jeder weiß zum Beispiel, dass es Arima Kineen gibt. Das ist so ein feier Tag und da ist dieses Rennen halt. Und deswegen ist es auch in jeder Zeitung, zwar im Japan Cup auch, aber das hat glaube ich nochmal einen anderen Stellenwert für die Bevölkerung. Was war denn das größte Rennen, was du in Japan, wo du mitgeritten bist? Schon der Japan Cup. Du warst im Japan Cup? Ja, ich habe 1997 für Bruno Schütz damals noch Kaitano geritten für Gestütthof Westerberg. Da war ich vierter. Phil Sutsky hatte damals gewonnen mit Kineen. Das war mein erstes Japanerlebnis. Ich hatte damals meinen Vater mitgenommen. Das war super. Ich kann mich da noch erinnern, da war im Hotel. Alles wurde eigentlich bezahlt, außer halt Frühstück. Und da hat damals, da war es noch D-Mark, da hat ein Kaffee in Yen, umgerechnet in D-Mark, 25 D-Mark gekostet. Ich war mit meinem Vater Pizza essen, da hat mir eine Pizza für 50 Mark gekostet. Das hat er mir immer vorgerechnet. Ja, Japan, also Tokio ist ja eine unheimlich teure Stadt. Heutzutage mit dem Euro ist es halt immer noch teuer, aber wird anders gegengerechnet. Wir waren natürlich damals im Ritz-Karten und wenn man da natürlich einen Kaffee bestellt hat, war das nur teuer. Also das war der Wahnsinn. Aber die Eindrücke waren damals schon 97 sensationell. Da gab es für den vierten Platz eine halbe Minute und die mal. Ja, das sind Preisgelder. Das sind wirklich andere Dimensionen und wenn man dann wirklich so sieht, wo der deutsche Rennsport gerade hin marschiert, dann ist das relativ schwierig. Du wirst deine Karriere in diesem deutschen Rennsport auf jeden Fall ins Ziel bringen. Aber kann man einem jungen Mann raten, es dir gleich zu tun, den Job zu ergreifen in der heutigen Zeit? Diese Freude daran, wenn die einer hat, genauso als Altenpfleger, das wird bestimmt auch nicht gut bezahlt. Das sind viele Entbehrungen, die hat man so oder so. Dass man da jetzt super reich von werden kann in Deutschland, das wage ich zu bezweifeln. Das sei denn, Sie sind Ausnahmeortler oder haben einen Top-Job. Es ist schwierig, aber trotzdem würde ich jedem raten, der das Talent hat und der die Liebe zum Pferd hat, diesen Weg zu gehen. Und man kann ja auch über die Grenzen hinaus in Deutschland schauen. Dass wir alle in einer schwierigen Situation sind, das weiß ich auch. Dennoch ist damals, als ich angefangen habe, hieß es schon, wir haben schwierige Situationen und wir haben eigentlich fortlaufen seit Mitte der 80er Jahre bis jetzt schwierige Situationen, die immer weiter runter gehen. Irgendwann muss auch Schluss sein. Da war es früher besser, aber da wurde schon gesprochen, dass es dem Rennsport nicht gut geht und heute auch nicht. Ich bin auch so seit den 90er Jahren dabei und es ist wirklich ja immer so gewesen, wenn zwei Leute zusammen waren, wurde immer nur gesagt, wie schlecht es ist. Immer nur, immer nur. weil dies ist jetzt so das, was wir jetzt gerade besprechen, dass es dem Rennsport nicht gut geht. Das wurde 1988 auch schon besprochen, als ich junger Reiter war. Und jeder hat sich beschwert. Jeder Trainer, jeder Besitzer, jeder Funktionär. Aber jetzt sind wirklich so Zahlen wie 20% weniger Fohlen. Das sind nächstes Jahr 20% weniger Pferde in Rennstädten. Vollkommen richtig. Trotzdem müssen wir uns darauf konzentrieren, was der deutsche Rennsport auch seinen Zuchterfolg oder jetzt aktuell wieder ein deutsches Pferd in Prilat geklumpft gewonnen. Das sind doch auch ganz tolle Dinge für diese kleine Anzahl der Pferden. Für diese kleine Anzahl jedes Jahr an neuen Fohlen. Wie erfolgreich die deutsche Zucht weltweit ist, ob das in Australien ist. Ich glaube, wir haben in den letzten sieben Jahren hat die deutsche Zucht dreimal in Melbourne Cup gewonnen. Das ist doch Wahnsinn. Und genauso mit Weitgeist jetzt. Ich finde, das ist auch sensationell. Und jeder hat mich in Japan darauf angesprochen. That's German breeding. Eins muss man sich auch im Klar sein, dass wir die letzten Jahre großen Ausverkauf machen. Großen Ausverkauf an guten Stuten. Großen Ausverkauf an deutschen, guten Pferden, die einfach ins Ausland verkauft werden. Und die einfach unserer Tafelwürmer auch hergeben. Wenn so ein Waldgeist nach Irland geht, in der Bally Lynch ist das 17.000, um 100 Euro gekostet. Das ist ja ein Preis, den hätte man vielleicht in Deutschland auch kriegen können. Natürlich ist das so, dass in Deutschland nicht so viele Stuten sind. Aber vielleicht wären dann ja auch einige aus Frankreich, aus England mal nach Deutschland gekommen. Ich vergleiche das jetzt mal gerade mit Season Moon. Und wie viel Zuspruch hat er auch in England? Hätte er das, wenn er in Deutschland stehen würde, trotzdem haben wir den Zugriff, mit deutschen Stuten nach Season Moon zu gehen. Ich weiß nicht, wie das nach dem Brexit aussieht. Aber trotzdem, ich finde, damit macht doch auch ein deutsches Pferd, diese Moon international auf sich auf. Passiert ja relativ viel jetzt, oder man versucht, in den sozialen Medien, durch den Dachverband, durch German Racing zum Beispiel, neue Zielgruppen irgendwie zu erreichen. Aber das passiert alles auch ohne andere Stärke. Du bist da überhaupt nicht unterwegs, oder? Ich glaube, bei German Racing bin ich etwas, also ich jetzt persönlich nicht, aber es wurden einige Sachen ins Netz gestellt. Von mir. Von dir, aber du? Von mir. Ich bin selber, habe keinen Instagram-Account oder Facebook-Account, sowas nicht. Das wird jetzt auch nicht mehr passieren mit Mitte 40. Aber wir haben so ein paar Drehs gemacht und die wurden auch, ich glaube ich, auch auf der Social Media, auf den Seiten von German Racing jetzt gestellt. Da ist, glaube ich, jetzt auch ein aktuelles, wo ich letzte Woche montags im Fitnessstudio war und mit einem Fitnesstrainer, der mich gefragt hat, wie ich mich ernähre, was ich für Übungen mache, wie fit ich bin, Fettmessung, und hast du nicht gesehen. Also da bin ich schon für bereit und das mache ich auch. Fettmessung, wie ist dir ausgefallen? Sehr gering. Kein Kommentar. Aber gesund. Ja, aber du verfügst es eigentlich gar nicht. Du hältst dich da komplett raus. Warum? Ich will nicht sagen, ich bin aus dem Alter raus oder bin da nie mitgefahren, sonst wären die anderen das ja auch nicht. Ich bin kein Typ dafür und das fällt mir auch schwer und das soll mir bitte auch jeder verzeihen. Ich versuche lieber, meine Power im Rennsattel zu schreien, aber gut, das muss jedem selbst überlassen. Ja, danke Andra Starke. Wir machen an dieser Stelle jetzt erst einmal einen Cut. In der nächsten Woche geht es weiter mit unserem Gespräch mit Andra Starke. Ich freue mich darauf sehr. Dann geht es, er hat es ja schon angedeutet, um das Thema Fitness und Ernährung für Jockeys extrem wichtig. Andra Starke ist ja auch für einen Jockey relativ groß mit 1,70 Meter und darf nur 53 Kilo wiegen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie schwer das ist. Es geht aber auch um die Kameradschaft unter den Jockeys. Wie geht man miteinander um? Es geht darum, wie gefährlich ist dieser Beruf eigentlich? Es geht auch um Tierschutz, es geht um den Peitschengebrauch, also viele Themen, die wir noch zu besprechen haben. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euch eine schöne Woche.